Hello, 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 herzlich willkommen zurück, ihr YouTubianer. Wir sind hier zurück auf der Gutenheide. Ja, wow. Wir haben Spaß, oder? Ja. Ich weiß nicht, ob man es merkt, aber ja. Ah, scheiße, ich habe hier noch einen Tag vor. Warte, Mann, ich muss hier Müll loswerden. Ach so. Der Müll muss raus. Aus die Maus. Äh, ich war bitte hier. So, und die 8. Die 4 und die 8, haha, witzig. Soll ich hier noch ein paar? Komm, ich nehme ein paar Beeren mit. Die sind immer wichtig. Ich schwör's dir, wenn jetzt hier irgendwo ein Troll ist, ich raste aus. Hier sind Nixen. Die haben nirgendwo wieder neue Animationen bekommen seit dem letzten Update, so wie das hier aussieht. Richtig, warum macht man ein Update, das eigentlich schlechter ist? Also, performance-technisch. Ja, sie haben ja, sie haben, äh, sie wollen ja das Ganze für Steam Deck rausbringen, so. Oder? Und deshalb, äh, mussten sie Optimierungen vornehmen. Optimierungen? Ja, toll. Verschlimmbesserungen, sagen wir mal so. Ist doch immer so. Du, Bienenstöcke, willst du die, äh, bei der... Ich will die zu den Feldern rüber tun. Okay, ich dachte vielleicht mal zur Auflockerung irgendwie ein, zwei... Aha, ja, das wär auch was. Das wär auch was. Und so die großen Dinger, also so ein Riesending, irgendwo in der Nähe, wo alles zentral ist, und so ab und zu so ein paar Dinge, ja, warum nicht? Das hört sich auch gut an. So, sag mir bitte nicht, hier ist... Ähm... Kannst du mal schnell schauen beim Kessel... Oh, Skelette. Oh, Junge. So, tschüss, Skelette. Kannst du mal schnell schauen beim Dingens, äh, was man braucht für Anti-Gift-Trank? Dass man nicht vergiftet ist? Mhm. Ah, hier ist ein Dungeon, lol. Den haben wir noch gar nicht. Äh... Okay. Ich hab den Trank gar nicht. Mitmischung. Beim Kessel. Achso, das ist mir noch fast gar nicht. Oh, mein Gott. Äh, Giftwiderstand, oder was? Ja, genau. Honig, Disteln, Nixen, Schwänze und Kohle. Wie viele Disteln? Fünf... Stück. Fünf Stück. Fünf, 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 fünf. So, ich geb mal dem Typen da ein bisschen bei. Ja, du mich auch bei. Ich komm ja schon wieder. Hallo. Hi. Ich mach's dir ein bisschen gemütlicher, ja? Vielleicht. Verkaufen. Huch! Jetzt wirklich? Was? Nee, jetzt... Verarsch mich nicht. Oh, Mann. Nein, scheiße. Ich bin für nix hierher gereist. Mann, nein, nein. Das ist... Das scheiße Ding ist so teuer. Nein. Oh, Mann. Till, ich dachte, ich mach jetzt fett Kohle. Ich hab 40 Rubinen verkauft und hab nur 400 gekriegt dafür. Alter, nee, 20 verkauft. I'm short of Dwarf. Alles klar. Angelroute. Ja, komm. Ich komm leider nur mit etwas zurück. Anstatt mit allem, was ich haben wollte. Aber, ich glaube, das passt schon, oder? Uh. Disteln, hast du gesagt, brauchen wir, ne? Jo. Ja, einsam. Das Skelett schießt nach mich. Treffen aber nix. Genau, fünf Stück. Fünf Disteln pro Miet. Äh, ja, genau. Und zehn Honig. Zehn Honig, ja, das haben wir locker. Kohle können wir auch ganz schnell machen. Mir geht es mehrheitlich um die Disteln. Und die sind, äh, ein bisschen mühsam zu kriegen. Ich bin raus aus dem Dunkelwald. Juhu. Es wird schon wieder dunkel im Dunkelwald. Hast du den gehört? Es wird langsam dunkel im Dunkelwald. So, ja, auch hier wird's dunkel. Im Nicht-Dunkelwald. Höhö, höhö, höhö. Nein, wir sind zwei richtige Scherz, Paul, da, ey. Ich muss echt sagen, das ist top. Wir können bald bei den Next Comedians mitmachen, oder so. Aber Löwenzahn brauchen wir nicht, oder? Äh. Gut. Jetzt brauch ich die Focke, glaube ich, ne? So. Dafür brauch ich ein Schwertz, um mich verteidigen. Du fängst an zu frieren. Wow. Was wollte ich hier unten eigentlich hinpacken? Keine Ahnung. Das wird eben die Schatzkammer. Dafür, wo ich Geld rauswerfe. Also, ne, wir bauen eine Schatzkammer, damit ich shoppen gehen kann, um Geld rauszuwerfen. Ah. So, ich mach hier die Türe zu, sonst, ja. Ey, wo gibt's denn die Doppeltür, ne? Gibt's gar nicht. Ach so, ach so, ja, toll. Ich bin doof. Die musst du simulieren. Ja, ja. Ja, ja, ja. Egal. Sie haben gecheckt. Sie haben verstanden. Komm mal ran hier. Schlafen. Ja. Würde ich schon sagen. Ja, jetzt, wo es nass wird, ja. Du, ähm, wie soll ich sagen? Also, vom Essen her, ähm, wie viele Bären hast du? Äh, keine mehr im Inventar. Keine mehr. Ähm, wie viel Honig hast du? Andere Tür, andere Tür, die billige, die billige, ist das Erste. Ah. Äh. Ach so, die Konstruktionsfedertür. Genau. So, jetzt muss ich hier trocknen, am Fenster. Wieder die falsche Taste. Ey, was ist denn los mit mir? Wollen Sie mal schauen, was ich geholt habe? Oh, pff. Warum kann ich das? Ey, geh mal weg. Ich, ich möchte das Ding hier bauen. Oh. Oh, Mann. Ups. Junge! Du hast einen Berserker an der Backe. Warte mal, ich helfe dir. Ich helfe dir. Oh, du Arschgeige hier. Haha. Siehst du das Teil, was ich in der Hand habe? Eine Angelroute, yo. Jo. Dafür habe ich jetzt 400 verbraten. Ja, die Tür müssen wir wirklich andersherum einsetzen. Ah, das ist doch alles kacke. Ups. Äh. Äh, so. Oh, ich will es halt hier noch durch, ne? Oh, jedes Mal, wenn ich die Angelroute werfe, ist ein Köder dran. Scheiße. Selbst schuld. Benötigt dein Feuer in der Nähe. Was? Ja, das... Wirklich? Ja, weil das... Ja, du hast jetzt das Feuer weggemacht. Nee, nee. Ich habe da da unten ein Feuer hingeschmissen. Ja, das ist zu weit weg für mein Bett. Ach, dann... Hast du Holtz? Ach, scheiß Tür. Ach, die sind alle aus. Ach so, ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Super. Hä, das sieht aus, als wäre es aus. Ja, ja. Das ist, weil es nicht überdacht ist. Es hat zu wenig Dach. No. Ah, da müssen wir irgendwie noch dran basteln. Keine Ahnung. Also, ich kann jetzt nicht schlafen, oder? Das weißt du. Ja. Ich habe kein Feuer in meiner Nähe. Weißt du was, dann... Das Haus kriege ich schon irgendwo her, ne? Warte mal. Ich muss dir kurz bauen. Hier ist Holz. Ah, nee. Hier ist kein Holz. Wirklich nicht. Wo habe ich denn vorher das Holz hingeschmissen? Ach, stimmt. Ich wollte ja Karottensuppen machen, bevor du mir ein gewisses Stück drauf das Ding weggebaut hast. Und, ähm, warte mal. Irgendwas brauche ich nicht mehr. Genau das, das brauche ich nicht mehr. Du musst ein Feuer unter der Kochstelle entzünden. Ich werde hier nass. Da, weil du kein Dach oben hast. Ich war noch nicht fertig. Ja. Darum müssen wir jetzt pennen gehen. Irgendwann, wie... Also gut, warte mal kurz. Theoretisch könnte ich auch einfach hier unten schlafen. Der Tisch ist leer. Der Tisch... Was? Komm, wir gehen jetzt oben schlafen. Ich habe da ein Feuer hingeschmissen. Ich hoffe, das... Nice. Hat jetzt, äh, genügend Reichweite. Ich hoffe's. I hope so. Bin ich nass. Bin ich nass. Ja, das Feuer trocknet sich aber wieder. Du bist nass. Ich bin nass. So, endlich schlafen. Okay, immerhin funktioniert das Ding. Perfekt. Jetzt hat die Konstruktion funktioniert. Ich plane die aber für den nächsten Tag. Danke, das wollte ich immer wissen. So. So, also. Es regnet immer noch. Das heißt, ich kann immer noch nix essen machen. Ey, ich hab das inventar voll. Irgendwie voll. Müll voll. Ich weiß nicht was. Dafür sehr schön trocken. Gut. Disteln brauche ich, oder? Ja. Muss ich zuerst mal schauen, ob ich Disteln habe. Ja. Haben wir. Sehr gut. Wir haben Disteln. Wohin willst du die Münzen haben? Münzen, Münzen. Mach die Truhe hier mal auf, neben der Werkbank. Ah, äh, ich hab die, hatte die sogar auf, warum auch immer, hab ich nicht gesehen. Hier hinten liegen noch Münzen. Versteckt so. Ja, aber die Konstruktion gefällt mir echt gut mit den Steinen und mit den Holzbrettern dazwischen. Das wird, das wird geil. Wenn ich das dann weiter bauen kann und werde, dann wird das richtig geil. Es sollte mal aufhören zu regnen. Jetzt haben wir schon fast, ähm, 100 Trollleder. Ja, wir können es. Am Anfang, wie der scheiß Trollleder hinterher geht. Ja, weißt du, ja, weißt du noch, am Anfang, da, 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 da mussten wir wirklich für jede Stufe von unserem Umhang, ähm, kämpfen und einen Troll verzweifelt suchen. Mittlerweile geht das alles so selbstverständlich. Über die Bühne. Warum auch immer sind unsere Schiffe so weit weg? Ja, weil wir als Schlange nicht mehr dafür gesorgt haben, ne? Ja, ich habe überlegt, den ganzen Steg weiter nach draußen zu versetzen. Einfach nur damit. Vielleicht war es das. Einfach nur damit, äh. Vielleicht war genau das das Problem. Ja, das ist eines der Probleme. So. Ich, I see the big problem. Ähm, hast du Holz? Brauchst du Holz? Äh, doch. Ich brauche Holz. Ich habe jetzt zwei Stück Holz. Komm, komm her. Warum? Oder nicht? Es hört auf zu regnen. Ja, ich kann kochen. Karottensuppe. Jetzt machen wir ein paar an Karottensuppen. Du, folgend Ende Gelände, ne? Ah, ja. Schön. Cool. Bis zum nächsten Mal. Cool. Cool. See you.